Vorletzte Nacht registrierte unser Satellitenradar ein unbekanntes Objekt, das in die Erdatmosphäre eintauchte. Die Marsmenschen greifen an! Einige Leute hielten es für einen großen Meteor oder einen abgestürzten Satelliten. Es war aber kein Meteor-Gentlemen. Dieses Ding ist viel gefährlicher. Also dann, willst du mir wohl nicht wehtun, oder? Das ist der Wahnsinn, die größte Entdeckung seit der Erfindung des Fernsehens. Hey Prinz Eisenherz! Hier, lecker! Happa, happa! Mein eigener Riesenroboter. So viel Glück hat kein anderes Kind auf der Welt. Jiffi! Jiffi! Ein System auf volle Leistung! Abflucht! Aaaaaah! Hallo kleiner Freund, Ken Mansley, ich bin von der Regierung. Wieso erzählst du deiner Mom, du hättest einen Riesenroboter? Mom! Doch jetzt nicht! Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Wo ist der Riese? Können Sie mir erklären, was die Armee in unserem Vorgarten macht, Mr. Mansley? Wir müssen das Ding unbedingt aufhalten. Alarmstufe Rot, haben Sie verstanden? Wir müssen ihm helfen! Wir müssen ihm helfen! Oh Gott, nein! Wir müssen uns verstecken! Hey, stopp! Er hat ein Kind in der Hand! Oh Gott, du kannst ihn nicht beschützen! No! Warner Brothers Family Entertainment präsentiert... Oh Gott! ...die Geschichte eines Jungen... Vorsicht, ein Bus! ...und seines riesigen Freundes aus einer anderen Welt... Du kannst fliegen! ...der in dieser Welt zum Helden wurde. Du kannst fliegen! ...der Gigant aus dem All.